Hi Freunde, ich bin Stevie, ich will mir mal ein kleines Hinweis geben, dass ich heute um 20.20 Uhr streame und bitte kommt vorbei, ich hab mega Bock mit euch zu streamen, mit euch den Spaß reinzuholen, ich freu mich richtig auf den Stream, weil ihr seid so eine geile Community, ihr supportet mich, ihr unterstützt mich, ihr seid jeden Stream dabei, das ist mega krass. Alter, ich kann nicht genug Danke sagen an euch, bitte lasst dafür auch für euch einen Daumen nach oben, weil ihr seid die krasseste Community, den es gibt, also ich weiß nicht warum ich es verdient habe, euch zu haben, aber ihr fragt nicht warum, ich freu mich mehr, dass ich euch habe. Aber nebenbei, mitten in der Arbeit, was ich jetzt hier gerade mache, nehme ich gerade auch eine Vlog-Video auf von meiner Arbeit. Ich hoffe, es gefällt euch, ich bin gespannt auf eure Meinung und es ist mein erster Vlog-Video, ich hoffe, es kommt wirklich gut an, ich bin wirklich mal gespannt, wie das ankommt, wie eure Meinung ist. Ich bin wirklich gespannt, Leute. Wie gesagt, heute um 20.20 Uhr, wir hören uns nachher, kommt vorbei, kommt, kommt bitte vorbei, ich hab so einen Bock mit euch zu streamen, Alter, ich freu mich richtig da da drauf und wir können ein Abo zocken von heute bis Sonntag, ich hab ein Wochenende frei, Leute, ich hab ein Wochenende frei, davor Hashtag Wochenende in den Kommentaren. Und wie gesagt, danke, wir hören uns nachher, Leute, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben, habt ihr noch mehr Ideen oder sonstiges, einfach unten in die Kommentare, ich antworte sofort, wie es geht, so schnell wie möglich, wie gesagt, dann haut da rein, Kuss auf die Hand, bis später.